Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch nochmal einen Card Duplication Glitch zeigen. Ja, nutzt diesen Card Duplication Glitch auf jeden Fall noch aus, so kurz vor dem Update, denn ich gehe immer davon aus, dass er am Dienstag dann auch gepatcht wird. Ja, mit diesem Card Duplication Glitch bekommt ihr auch immer saubere Kopien. Und ja, ihr braucht auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Und was braucht ihr noch? Ihr braucht auf jeden Fall irgendein Motorrad. Das Motorrad geht aber nicht verloren. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch irgendein Auto, was ihr nicht verlieren wollt. Ansonsten halt einen kostenlosen Allergy. Dann braucht ihr noch das Auto, was ihr duplizieren wollt. Das Auto muss sich dann in der Arena-Werkstatt befinden. Ja, am bestenfalls halt ein Weenie Easy Classic, komplett off-getunet, denn der gibt bis zu 1,8 Millionen. Und ja, ebenso braucht ihr noch einen Nachtclub mit einer Terabyte drin. Und anschließend noch eine MOC. Okay, und ja, wenn ihr dann alles soweit habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begebt euch mit eurem Freund zum LS-Car-Meet, fordert euch irgendein Motorrad an. In welcher Garage das Motorrad steht, das ist auch wirklich völlig egal. So, euer Freund setzt sich auf euer Motorrad drauf. Mehr muss der Freund auch nicht machen und bleibt einfach die ganze Zeit auf dem Motorrad sitzen. Wir begeben uns jetzt raus aus dem LS-Car-Meet, steigen jetzt in irgendein MPC-Auto ein oder fordern uns einen CO-Buzzard an. Wichtig ist, ihr dürft euch jetzt kein persönliches Fahrzeug anfordern. Das ist wirklich ganz wichtig. Und ja, entweder eine MPC-Karre oder halt im, wie mein Fall, ein CO-Buzzard anfordern und zu eurem Nachtclub begeben. Dort beim Nachtclub angekommen, gehen wir einmal in unsere Terabyte-Garage rein. Wir steigen einmal in Terabyte ein, drücken Steuerkreuz nach rechts, drücken Options, auf Kreis, wieder aussteigen und das war es schon. Als nächstes begeben wir uns dann zur Arena-Werkstatt. Dort in der Arena-Werkstatt angekommen, steigt ihr jetzt in das Auto ein, was ihr duplizieren wollt. In meinem Fall halt jetzt ein Winnie Easy Classic. Einfach in das Auto einsteigen. Da wir jetzt verglitscht sind, können wir uns jetzt frei mit dem Auto in der Garage bewegen. Wir begeben uns einfach zum Garagenausgang, blockieren einmal die Beifahrerseite. So haben wir das gemacht, steigen wir aus, schnappen uns irgendein anderes Auto. Und mit diesem Auto müssen wir dann noch einmal die Fahrerseite blockieren, so dass wir dann gleich direkt rein teleportiert werden, wenn wir Dreieck drücken. So, einfach die Fahrerseite blockieren. Jetzt können wir einmal testen, ob es funktioniert hat. Wir gehen einmal zum Ausgang, drücken Dreieck. Wenn wir jetzt direkt ins Auto teleportiert werden, so wie es ist bei mir der Fall, ist es auf jeden Fall perfekt. Dann gehen wir jetzt noch einmal zum Ausgang hin, drücken nun einmal Dreieck und X gleichzeitig. Dann werdet ihr draußen mit dem Auto spawnen. Wir öffnen einmal das Handy, rufen den Mechaniker an und rufen uns einmal das Auto an, was wir nicht mehr benötigen oder halt einen kostenlosen LLG. Ich müsste noch irgendein Auto in der Arena-Werkstatt haben, weil ich es nicht mehr benötige. So, jetzt warten wir einfach ein paar Sekunden. Ihr könnt jetzt 10 Sekunden warten, 20 Sekunden, aber auch wenn ihr jetzt 30 Sekunden wartet, ist überhaupt kein Problem. Aber 10 Sekunden mindestens. Ihr müsst ungefähr so lange warten, solange wie das dauert, bis euer Auto jetzt geliefert wird. Aber euer Auto wird nicht geliefert, das werdet ihr auf jeden Fall auch merken. Ihr sagt dann eurem Freund jetzt einfach Bescheid, dass er von eurem Motorrad absteigen soll. Ist der Freund dann abgestiegen von eurem Motorrad, werdet ihr sehen, dass sich das Kennzeichen ändert. Und schon habt ihr die erste Kopie fertig. Ja, wir fordern uns jetzt einfach die MOC an. Wir geben uns dann mit dem Auto zur MOC hin. Wir fahren einmal hinten rein. Unten rechts bekommt ihr die goldene Ladeschnecke. Und somit habt ihr euch schon die erste Kopie abgespeichert. Wenn ihr jetzt auch die zweite Kopie machen wollt, also das nächste Auto euch kopieren wollt, dann begibt euch wieder zum LSK-Miet. Stellt eurem Freund wieder einen Motorrad dahin. Und wiederholt einfach die gleichen Steps nochmal. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.